Und alles auf Anfang? Das Leben ist wie ein Apfel, nur anders. Schnauze jetzt! Ähm, liegt der Noob tot im Keller, war der Pro-Gamer mal wieder schneller. Liegt der Pro-Gamer tot daneben, hatte der Noob noch drei Kollegen. Und damit einen wunderschönen guten Tag! Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder der Tobi und eventuell jetzt entweder halt auf einem anderen Channel oder es ist eine andere Person auf einem anderen Channel. Mit diesem nicht gelungenen Wortspiel, äh, ja, begrüße ich den Julian. Wunderschönen guten Morgen. Ähm, ja, wer jetzt bei mir auf dem Kanal ist, ähm, dann wird er in der Beschreibung zu finden sein. Also, ja, könnt ihr gerne gucken. So, äh, wir haben uns gedacht, äh, weil wir so viel Langeweile haben und nichts Besseres zu tun haben, machen wir einfach mal hier so eine Live-Session, Together-Fail, was weiß ich nicht. Und, äh, ja, ich überlege, eigentlich brauchen wir jetzt gar nicht so lange noch rumlabern, oder? Nein. Gut, dann könnten wir eigentlich starten. Äh, welchen Spielmodus bevorzugst du? Sack, suchen und zerstören oder Sprengkommando und du fliegst aus der Konfi. Abschluss bestätigt. Sehr schön, sehr schön. Ah, endlich meine Meinung, meine Meinung. Ja. Ja, gut, dass wir uns vorher nicht abgesprochen haben. Ja. Psst, hätten wir gar nicht machen müssen. Psst, egal. Passt schon so. Ja, hat keiner mitgekriegt, weiß auch keiner. Ist voll unoffensichtlich. Na dann. So, äh, Express. Oh, ich mag die Map. Ich mag die Map richtig. Fuck, ich bin nicht mitgekommen. Was? Nein. Was soll denn das? Jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin. Ja, jetzt bin ich raus. Bist du rausgekommen? Ja. Aber bei mir bist du noch drin. Nein. Egal. So, ich komm jetzt nochmal rein. Alter. Ich dring noch ein. Warte, warte. Ich glaube, dass das Spiel hat was gegen unseren Skill. Würde ich jetzt ganz eindeutig so. Ey, weißt du, was Skill ist? Nachts um vier mit 2,5 Promille die Kloschüsse noch treffen, ey. Egal, red weiter. Ich bin jetzt des Redens nicht mehr mächtig. Ich hab jetzt eine neue Challenge. Okay. Nein. Äh, nicht Drone, vergiss es. Zufall. Zufall, sonst gibt's Haue. Haue. Also, ich hab nicht Drone gewächst. Ich hab Zufall gedrückt. Brav, brav. Also, übrigens, der Johann sitzt hier neben mir und ich hab hier so, ähm, so eine Peitsche. Und sobald er nicht das macht, was ich ihm hier vorgebe, dann... Dann gibt es ganz viele Schläge. Na, ich glaube, es waren doch ein paar andere mit für Zufall. Islam, Soleil. Ja, ich mag... Oh, scheiße, ich hab mir bitte meine Klasse noch mal. Boah, ich müsste mich grad mal... Huah, jetzt muss ich ganz doll am Mikro rütteln. Ich muss mich grad eben mal zurechtdrehen. So. Ähm, ja. Also, ich denke mal, eine KD von 0,2 ist drin. Vor allem, weil's live ist. Mindestens eine 27,5 Quote, sonst nehm ich das nicht. Okay. Ja, sonst wird das alles jetzt hier... Das ist dann alles sinnlos. Also, mindestens eine Triple Nuke muss jetzt bei rumkommen. Sonst wird das alles... Das ist ja sonst sinnlos. Was hat denn das für einen Sinn, bitteschön? Ja. Versteh ich auch nicht immer. Ich frage mich, wie Leute irgendwie sowas wie 82-0 oder so... Was ist denn daran... Pff, das ist... Das schaffe ich, das schaffe ich. Mama. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Ich spiele hiermit. Vektor, Vektor, stimmt in den Kommentaren ab. Soll ich jetzt die Vektor spielen oder soll ich die PDB oder die M-Tar? Genau, nach der Werbung geht's weiter. 3, 2, 1, los. Okay, ihr habt euch für die Vektor entschieden. Los geht's. Ich habe natürlich meine Synchronisation jetzt völlig vergessen, weil ich so fasziniert war. Dann mache ich das mit dem... 9, 45, 44, 43, 42, 41. Stürmen! Joe Runimo! War da einer? Da ist einer, da ist einer. Ich habe dich gesehen. Ah, Teammate. Ist erstaunlich, dass die Teammates was schaffen. Oh, nein. Da habe ich mich gefreut, dass ich einen Kill gemacht habe und sterbt hier nicht. Ich habe seinen Kill in Black Ops 2. Alter. Übertreib es nicht. Übrigens, meine Abschusssälen belaufen sich auf Drohne, Konterdrohne, Blitzschlag. Ich spiele Drohne, Hunter-Kina und Foglick. Sehr schön. Hätten wir das nämlich auch noch zur Vollständigkeit geklärt. Oh, Konterdrohne. Was? Übertreib, Alter. Ich bin vielleicht vier C4-Päckchen auf mich drauf. Hast du denn das Wort gespielt haben? C4-Päckchen, C4-Päckchen. Jetzt fängst du auch noch mit den schlechten Witzen an. Das kenne ich von Nick schon immer, aber... Warte mal. Wenn jemand aus meiner Klasse gerade zuguckt, das sind die Witze von Mark. Hehe. Wir stehen jetzt nicht alle scheiß drauf. Naja. Huch, heul. Bist ausgerutscht. Kommt nicht wieder vor. Kommt übrigens wirklich nicht wieder vor. Nein! Höhöhö. Warte, was du erst mal gleich zwei Marken geklaut. Boah, Alter, übertreib nicht. Wie viel brauchst du noch bis zur Nuke? Komm, wir müssen so eine 1 Stunde Nuke... Drohne! 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 Alter, Alter, Alter! Boah, Alter, Res... Respekt, Digga! Boah. Ich hab das Gefühl, die Skopien Evo ist leicht unfair. Ey, Alter, du Flasch-Garnat-Drohne, weil ich finde jeden Sekunden... Boah, ich hab eine Double-Drohne, Alter! Hm, scheiße. Mir wächst denn die Spawns immer ein bisschen zu schnell, dass das... Ah, es stinkt. Ja, hier. Willst du mich verarschen, Alter, was leckt das rum? Oh, oh, oh! Was, das war ein Gegner? Hättest du mir nicht sagen können, dass der die ganze Zeit neben mir herläuft. Du warst, du warst mit dem Tod beschäftigt. Ja. Oh, das Coole ist, ein Abschluss bestätigt, kannst du auch deinen Abschluss sehen erreichen mit einem Score von 1 zu 15. Das ist das Lustige. Aber das gefällt mir. Genau das Richtige für mich. Aha, Mama. Alter, wie gewinnig war die Lüge. Ist doch cool. 40 zu 15, Alter. Ich hab lange nicht mehr gespielt. Ach, das sagen sie alle. In Live-Commentaries. Ja, ja. Ja, ja. Da hat jemand seine Vorräte sehr weise platziert. Das RCX, die wird ausbrechen und wird euch alle töten. Das sei gewiss. Hm. Was ist eigentlich deine Meinung, wenn ich hier gerade sehe, zu den Schrotflinten in Black Ops 2? Okay. Aha. Ja, OP. Da kann ich ja auch nicht so sagen, Alter. Ne, ohne Scheiß, also. Zin hohe Range, wie ich finde. Alter, ich muss sagen, ähm, die Waffen an sich alle, okay. Mein größtes Problem besteht darin, dass die MPs alle zu stark sind. Aber alle. Ich weiß nicht. Irgendwie, mir geht's so, wenn du zum Beispiel mit Natar auf den Gegner zuläufst und der hat eine MP, ähm, und einfach beide zur gleichen Zeit losschießen. Gewinnt immer die MP. Hm, das kenne ich. Das darf nicht sein, dass du so wenig Chancen hast. Abschluss bestätigt. Kann ich dich am Arsch lecken, steht bestimmt in der Nachricht, die ich gerade bekommen habe. So. Äh, ich habe vorhin einen Satz begonnen, den habe ich, äh, unglücklicherweise noch nicht beendet. Wir müssten mal so in eine Stunde Nukeduell machen. Das wäre doch lustig. Bei W2 oder bei Black Ops? Black Ops 2. Oi, 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 was habe ich denn da? Konterdrohne. Mama. Oh, pff, fick. Ich bin PDWer. Nein, Schnips, Ultra-Picknicks. Oh, nein. Bist du auch so ein Anti-Sniper wie ich oder bist du auch so ein Typ hier wie... Oh, Schnipsen! Die geballte Ladung, Inkompetenz. Abschluss bestätigt. Ja, hauptsächlich. Oh, ey. Ey, deine Hecke, Mama. Mama? Bist du es? Nein. Ich wusste, dass der da drin ist, Alter. Ey, ich war da... Ey, das kannst du mir nicht erzählen. Warte, ich verschlüsse. Na. Ja, komm, fick dich in den Arsch. Fuck. Nein. Hm? So. Dreh, Drah, Drohne. Dreh, Drah, Drohne. Hast du das auch schon mitbekommen vom Kinomodus? Ist das irgendwie nur die Hälfte der Gameplays? Ja. Ging mir ganz genau so. Mittlerweile nehme ich einfach so an zwei Stundenstücken auf und schneide mir das dann zurecht. Komm, kämpft noch mehr. Na, ich... Muss passieren. Wie spiel ich den jetzt mal? Nein! Die Pfahl. Ich spiel es. Ja, mein Freund sagt auch, die Pfahl wäre ganz in Ordnung, wenn man sie mit den richtigen aufsetzt in das Spiel, aber ich komme mit so semi-automatischer Kacke gar nicht klar. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ey, warum hat er mich aufgenommen? Ja, also ich bin gerade wieder eins von Nuke gestorben. Es nervt gerade. Bin auch so richtig aggro. Abschluss verwehrt. Ja. Wo sind denn jetzt die Gegner, ey? Wenn man keine Drohne um hat, da fehlt irgendwas. Es fehlt ein Teil von mir. Oh, nein. Ich spiel es nicht. Töö. Oh, ne. Geh du mal vor. Nein, ich spiel jetzt nicht. Ja, es ist eine gute Zeit. Alter. Die Scorpion Evo übertreibt auch nur ein bisschen, ne? In dem Auto. In dem Auto. Ah, okay. Team. Oh. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Kackteaming. Nee, das war ich nicht. Boah. Jetzt hast du mir alles kaputt gemacht. Ich hoffe, du warst einfach deine 30-Köse. Oh, die kommt da jetzt an. Da. So. Alter, wie. Kein Bock, mich jetzt zu bewegen. Oh, ne. Wenn mein Bildschirm einfach zugespampt wird wegen der ganzen Drohnen-Assist-Kacke. Nö. Boah. Ey, ich habe jetzt sowas von den harten Witz. Du bist gerade blau bei mir. Hä? Mama. Oh, Mann, ich möchte jetzt endlich mal eine Schussbucket haben. Mama, ich habe meine Vorhine nicht mehr rein. Und der Tobi macht die Final-Kill-Cam. Und das war, glaube ich, ein Triple-Helm. Ja, ich muss damit schon klarkommen. Ui, der war auf die Beine. Ui, der kippt da noch um, obwohl du schon zwei Minuten aufgehört hast zu schießen. Okay. Ist in Ordnung. Ja, 25, 15 und 19, 11 geht doch noch. So. Und jetzt kommst du mit aus der Kack, glaube ich, raus. Sonst gibt es Zuckerkekse. Okay. Was auch immer Zuckerkekse sind. Naja. In dem Sinne. Also, ich würde sagen, ja, gefailt habe ich zumindest auf jeden Fall. Ja. Ja, also, ich habe meinen Anteil geleistet und, ja, leider nicht die Nuke geschafft. Was willst du machen? Steck's nicht drin. Also, ich würde sagen, ich bin erstmal raus. Und, ich weiß nicht, ganz spontan gebe ich jetzt einfach dem Julian das Schlusswort, weil ich kein Schlusswort mag. Deswegen, auf Wiedersehen. Danke schön. Ja, ich habe irgendwie schon die ganze Zeit gezockt und ich sollte jetzt langsamer aufhören, weil die ganze Zeit nur PS3 zu spielen ist auch scheiße. Ich gehe jetzt erstmal runter, gucke ein bisschen Fernsehen, am besten so RTL oder so. Und, jo, tschüss, bis zum nächsten Mal.